so meine lieben und damit herzlich willkommen zu einem mal seit sehr langer zeit wieder lpt projekt zusammen mit dem cool hallo hallo und der hallo wir haben uns kurzer background wir haben uns ein bisschen über das let's play forum gesucht gefunden drei klappsparten vor dem herrn ich glaube anders kann man es nicht betiteln jetzt genauso ja und wir haben uns haben so schon ein bisschen vorab mal bisschen gequatscht auch mal eine testrunde jetzt hier gerade gespielt wir haben uns das beste geben und ja natürlich weißt du das ist gleich wieder eine einleitung machen wir zu den zuschauern sein da kommt direkt so kurzbrücken um die ecke tut mir leid du hast aber kein videobeweis dafür doch das behaupten sie alle schicken der nachher ich habe auch video also nur leider sieht man dann das gobert zum schluss nehmen ist leider beim brendern kaputt gegangen wir haben uns seit als erstes game golf wird ausgesucht und ich befürchte schlimmes wir werden darauf ich weiß nicht so eine dunkle vorhanden bist doch der könig da könnte ich was ja du eben wir fangen einfach mal an gucken wie es wert das sieht glatt aus ja ich bin erst mal auf dem berg den zurückgerutscht das ist doch fies so jetzt habe ich noch eine zweite strecke die nächsten drei löscher hintereinander vergeigen ich habe gesagt dass es machen ja für dich leid ihr fliegt runter auf dem da du brauchst sprung du springst dann hinter der fahne an die mauer holz zurück das ist der trick du brauchst du eindeutig nicht siehst du meine blöde eingeflogen holen lol auch die glühbirne auch gar das 18 der lochs hat man von jürgens im schon sehen das wirklich nicht machen ich habe sich gesehen wo ist man hin da sind doch ja okay war ein versuch ich versuche es doch mal nein nein du brauchst du auf das und sich war ja ja ich habe sie davon ich sehe nichts das war die rache ich muss euch auch bisschen vorsprung lassen also von immer noch unten aber du kannst auch gerade aus abkürzen glaube warte ich nehme mir noch die hatte ich gerade auch das ist gemein nein 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 okay ich habe doch die offiziellen weg zum thema abkürzen das war zu stark da liegst du macht euch mal weg hier ich gehe warte ich mache nächste ich will auch mal wieder liegt mir weg auf der mauer oben aufgekommen das gibt es doch nicht ich kann diesen stein schon auswärtig nachwahl so oft bin ich schon drauf gelandet ich probiere ich direkt ins loch was war denn das für aufgefragt sei mal den ball gekinzt und fertig ist du liegst mir im weg im letzten schlag auch mann und so wird haben wir gleich stand für die spitz zwölf strikes achte scheiß von schüssen seit zehn Jahren gehört nicht letztlich das recht von uns ach da ist das ein weg ich wollte eigentlich aus noch mal was egal ist gehe ich aus jetzt möchte ich glaube ich rein machen naja das wird zentimeter vorbei das ist mies mit dem eis hier überall jetzt bin ich rausgesprungen an der kante runtergerutschten waren drin fünf bist du auch einmal schon reingesprungen da will einer keine lust aber ich war seit einer verlieren 31 deutsch ist doch verarschen ich würde den ball kaum ja das eis ist gemein einfach geradeaus da sagst du so leicht es ist doch guck wieder zwölf schläge alt das gibt es doch gar nicht ich sprach oben an der mauer ab noch verarschen wo ich jetzt gerade das klingt ja genau das loch auch da ist eine leiter das sehe ich ja eben erst das ja wie es hallo bleibt auch wieder liegt zwischen raum reingefallen verspielt meine führung auf die schöne darüber springst auch so fest nein das ging die ganze web umgegraben im kopf schläge einmal vorzustellen hey danke bitte die weg da na verdammt so knapp rolle ich rein rolle ich rein rolle roll rein ja so ein glück okay ich gehe ich gehe mal lang ich gehe immer dann und das war von aus der web raus geflogen der ist gut der ist gut der ist gut nein 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 okay das gute das gute das gut okay da war nicht gut da war holz im weg da war noch holz im weg ja ich habe mich auch gut da würde ich mir jetzt aber echt sorgen machen also okay das war schon mal gar nichts ich gebe mal bitte sich überhaupt nicht nein ich bleibe hier liegen warte warte ich helfe ich genau an der kante ich bin ich bin ich mal da gewollt und hilf wo man kann gerne was hat ich diese runde lol wird sie auch nachher beim cruisen super das ist schnell das war zu schwach auch manchmal steht man so schwachen manchmal dann liegt ja was war denn das das war ein boogie also was bedeutet hat ich glaube ich mit häufig aus ich auch nicht irgendwas wird es bedeuten was ist der holen war holen warum geht es ja eigentlich so ungefähr fühle ich dich an einer geflogen ach da ist eine rampe ist ja ganz am anfang das ist auch hallo ich war weiter vorne ja schon mir zurückgefallen kann ich irgendwo die farbe vor einem ball umstellen oder von meinem strich das geht mir auf den zack ist im weißen strich auf eis nicht von der schlagstärke ja du konntest immer alle entfernen ob man das irgendwo mal ändern roll rein roll rein das wäre es gewesen wieder auf der ja genau ich bin ganz tief entspannt okay tschüss nicht zu sehr schwach sonst kommt er zurück hallo hallo ich bin da mal wieder da na nein bleib da hier ja voll rein roll rein ja über die karte reingerutscht ich krieg nur vier punkte zurück die hole ich noch auf nein wo bin ich jetzt ein geblieben war ja immerhin ein paar immer noch vier punkte ja das sportlich allerdings zu holen scheiße ich hab auch knapp vorne drin also als trainer double boogie wenn der profi anfängt okay ich sehe ich auch aber du kannst auch soll sich du kannst du aufs holz ich dachte du kannst durchfallen nein 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 mach du zuerst ganz schnell weg hier da will einer nicht aber auch noch zwei hatte ich war so ein paar her ein paar runde ach da hinten dank geschehen nein ja ja bleib, 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 bleib doch das möchte ich mitnehmen können Nein, ach nee, es geht wieder runter hier Tschüss Ah? Ich bin das andere Loch Ja, noch vier Ha, er zählt schon live mit hier Noch drei Noch zwei Noch zwei Einer noch Ich bin dann wieder zurückgerutscht Das war gemein Ähm Ähm Ähm, dann Okay Ich bin total beschissen Ah, das war so weit Okay, die Runde verliere ich, sehe ich jetzt schon Ach, nix zu schwach Nein, 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 nein Oh und nicht unerkannte ich sehe nichts bau über doppelband nein ich sehe halt gerade nicht ja das wird noch so furchtbar werden am drei rückstand loch kampe hinter uns doch nie doch und nie und das sind eine fläche wo kein eis ist das ist verdammt gut da muss man noch mal drauf rutschen darf aber auch nicht zu weit springen doch geht so ich hab ein paar super ich glaube jedes mal genau zwischen der treppe stecken das hat mich gewundert ja ich fand natürlich genau zwischendurch genau in dem schlitz vor der fahne das war etwas zu doll ob wir haben gleichstand wechselt die anzicht auf elrit ist nur die ganze welt vorbeifliegen ja 90 schläge alt leute die trail an die trelle und das scheiß ging ja ehrlich können wir den ersten knapp diese haut kicken oder knapp knapp die runde muss ich sagen ja sehr knapp keinen großen abstand gehabt auch ich habe am anfang so schön aufgeholt vor allem du hattest 14 wo habe ich dich denn da verloren eigentlich ich habe doch niemals so viel gebraucht ja wobei ich den einmal ein paar mal einen hatte ja stimmt du hattest da ist ein rollen ich habe auch einen und da sagen du hast aber auch weil ich habe einmal den 14 gehabt ja das ist deswegen warum warst du dann so lange vorne das wundert mich jetzt weil du bei der elf acht gebraucht hattest und ich dann nur noch fünf da habe ich dich wieder aufgeholt stimmt es ist da dann wieder aufgeholt und zum schlüssel habe ich noch mal alles gegeben ich habe mich verliere ja meine 212 hat die haben mich reingerissen die haben sich richtig reingerissen ja ja das tat richtig schwer aber auch ein rolle und ja hoch anrechnet ich habe schon zwei schläge gebraucht dafür ich habe drei gebraucht ach ich sehe gerade wenn die zeit rum ist kriegt man 14 schläge an gerechnet statt 12 ich habe noch mal extra mit zwei mhm interesse ist gleich die erste folge so reingeschissen aber gut dann würde ich sagen warst du das für diese runde golf it wir sehen uns in der nächsten folge dann wieder mit einer neuen karte und lassen wir uns überraschen wie es wird ach das wird so schlimm werden ach quatsch es kann nur schlimmer werden eben es sehr aufbaut sehr motivierend ja bis dahin vielen dank fürs zuschauen und bis zur nächsten folge tschüss 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 tschüss